Wenn ich dich nicht hätte, dann wäre ich... Keine Ahnung... Das heißt, wir gehen jetzt mal eine Runde knacken, eine Runde pennen, eine Runde schlafen... Und jo, wir sehen uns dann am nächsten Morgen... Ja, guten Morgen! Morgen! Ja, da brauch ich aber Erde, Erde, Erde... Erde, 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 Erde... Örde... So, schauen wir mal, was aufgehört hat, lieber Gernot... Spinni! Spinni! Hoppala! Äh, Spinni! Entschuldigung! Nein! 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 Hehe, bist du wieder brav? Hihihi! Spinni! Meine Erfahrungsschugeln! Meine! Oh, warte mal! Das ist ja unsere Höhle! Den Spawner! Wir können meinen Eingang bauen! Wohl... Den Spawner will ich eigentlich gar nicht haben... Den Spawner will ich eigentlich gar nicht haben... Den Spawner will ich eigentlich gar nicht haben... Weil es... Weil es ein Spinnenspawner ist... Ich mag keine Spinnenspawner... Ich mag keine Spinnenspawner... Hallo, geht's noch? Hallo, danke... Hallo... Tschüss... Baba... Und fall nicht... So, ich hau da unten schnell ein paar Fackeln hin... Nicht, dass uns dann... Ober vom Stall jedes Mal unterisch... Bluuuuuuuuh... Geht... Weil das kann ich überhaupt nicht leiden... Da unten können wir ja auch was hinbauen... Eine Massenvernichtungsanlage... Zadam! Komm Händl, tschüss! Du musst weichen! Du musst weichen! Na, hallo! Hallo! Danke! Huch! Da rödelt und ruckelt einmal Minecraft bei mir! Kommt eigentlich sehr, sehr selten vor! Hallo! Äh... Jetzt muss ich kurz mal was schauen... Grafikeinstellung... Ah... Leistung ausgeglichen... V-Sync an... Wieso ist das aus schon wieder? Das verstehe ich nicht... Sonst haben wir hier nichts... Schön... Sichtwerte ausgeglichen... Fertig... Fertig... So... Dann machen wir da so... Das brauchen wir eh... Weil nicht... Die... 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 Die gute Schaufel... Das ich da... Das machen wir so... So... Machen wir schnell ein bisschen... Caraforming... Jo, Freunde... Ihr wisst ja das schon... Ihr kennt ja das schon... Die Prozedur... Spannend wie eh und je... Huch... Und... Die... Da... 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 So... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Dann zieh ich hier... Was rüber... Zack... 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 So... Ich muss mal Erde holen... Jo... Tu das einmal... Ich... Schließ das einmal hier an... Mir fällt übrigens grad auf... Ich hab hier... Den... Moss Stone noch nicht... Raus genommen... Das müssen wir ja auch noch machen... Freunde... Ihr wisst's... Ich bin ja so... Moss Stone gierig... Zack... 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 Ich hoffe... Ich fall da jetzt nicht runter... Das wär nicht so... Klug... So... Da... Dann haben wir ja das... Zack... 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 Und... Zack... 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 So... Und bevor er mich da Gernot hier jetzt da aussperrt... Geh ich da schnell runter... Lalalalalala... Lalalalalala... Au... Oh... Zombie Alarm... Zombie Alarm... Kerunga... Au... Komm her da... Aha... Noob... So... Dann klopp ich hier nochmal den Stein schnell raus... So... Ihr kennt das ja Freunde... Meinen Tick mit dem Stein... Wohl... Bauen tue ich damit sowieso nie was... Aber Hauptsache... Hauptsache... Hauptsache man hat den... Das ist das Wichtigste... Hauptsache man hat den... So... Dann gebe ich den lauter Scheiß wieder rein... Zack... Zack... So... Haben wir gleich... Haben wir gleich... Haben wir jetzt alles? Haben wir jetzt alles? Ja... Haben wir alles... Tut heust... Zack... Und... Ich geh wieder hier rauf... Ähm... Darauf... Nö... Ja... Ach was soll's... Scheiß drauf... Zack... Nö... 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 Gernot... Nicht mich einsperren... Nö... 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 So... So... Das hier... Auf der Seite... Dann haben wir schon... Einen Abschluss gefunden... Äh... Wie ein Abschluss... Gernot welchen Abschluss hast du? Ich habe einen Erdabschluss... Hast du einen Steinabschluss? Mhm... Machst du das so weit oder was? Mhm... So... Dann machen wir das so... Dann machen wir das so... Dann machen wir das so... 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 Dann würde ich einmal sagen... Wir ziehen hier eine Linie... Und ich habe keine Erde... Ich hole mir schnell Erde... Haben wir denn noch genug Erde? M-m... Was? Wir haben keine Erde mehr... M-m... Ja... Nicht gut... M-m... Ja... Was machen wir denn da jetzt? Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir keine Erde... Ich habe nicht gewusst... Das Erde Mangelware wird in Minecraft... Gut... Aber ich meine... Was wir bis jetzt da schon Terra geformt haben... Gut... Dann reiße ich jetzt einmal den Hügel hier weg... Und den braucht eh keiner... Und da war die erste Schaufel weg... Und da war die erste Schaufel weg... Und da war die erste Schaufel weg... Welchen Berg reißt du weg? Und das kleine Hügelchen hier... Ja... Und da war klar... Und da war das Steuer... Der Tierstein befindet drunter. Und es wird schon wieder Nacht. Komm Hündl, tschüss. Ja, packst mich nicht so an schon, Hündl. Du kommst auch noch in meinen Topf. So. Dann zerstöre ich ihn. Dann setze ich mal hier was ein, dass das eben ausschaut. Gehen wir mal schlafen, Gernot. Mhm. Weil sonst kommt wieder so ein böser Mann namens Creeper und macht's Puff. Ich brauche eh Schaufeln. Schaufeln brauchst du? Mhm. Gut. FWD am Schaufeling. Ich glaub du merkst es, dass ich in deinem Bett schlaf. Mhm. Mhm. Wieso hast du in meinem Bett geschlafen? Wieso hast du in meinem Bett geschlafen? Hm? 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 Komm, sag mal's. Ich wollte deine Liebe spüren. Meine Liebe. Meine Liebe, wolltest du spüren. Renni, sollten wir nicht irgendwie um schöne Grüße ausrichten? Schöne Grüße, schöne Grüße, schöne Grüße wem? Mhm. Von einer gewissen Person an eine gewisse Person. Ah. 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 Ha, 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 ha. Du redest nicht von der Person, wo ich denk, dass das die Person ist, die die Person ist. Mhm. Die Person, die, was ich meine, ist die Person, was ich drüber denkst. Aha. Meinst du so in Form von Nadine und Sabi und Sabis Freund, dessen Namen ich noch immer nicht weiß? Was? Hier? Mhm. Liebe Grüße. Liebe, schöne Grüße. Was mach ich denn da eigentlich jetzt? Wieso nehm ich denn das jetzt auch weg? Ich kann meinen Maxl nicht steuern. Es macht, was es will. Es macht, was es will. Gesundheit an deinen Opa. Dankeschön. Mhm. So, ich glaube, das, das müsste es reichen an Erde, oder? Nein. Schau, weg. Schau, weg. Schau, weg. Schau, weg. Den Stein nehmen wir dann weg, wenn wir brauchen, oder? Na, ich muss ihn wegnehmen. Ich... schau. Schau, weg. Schau. Muah. Ja. G obviously zu den Kopf zu fern. Schau, weg. Schau mal nicht. ig. Es macht, eh. Ja. Los, da. A, ich habe einn Monger aus, Aufschlüsse. So, da bin ich das zu... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.